Mineralsalze werden in der Ernährungslehre synonym zu Mineralstoffen verwendet. Sie bezeichnen dort verschiedene anorganische Nährstoffe. Werden Mineralsalze in Wasser gelöst, entstehen elektrisch leitende Lösungen, die auch Elektrolyte genannt werden. Im weiteren Sinne werden unter Mineralsalzen alle natürlich vorkommende anorganische Salze verstanden. Siehe auch Mineralien. Sprachgebrauch. Salze bestehen im chemischen Sinn aus mindestens zwei Ionen, zum Beispiel bei Kochsalz aus Natriumkationen und Chloritanionen. Im ernährungswissenschaftlichen Sprachgebrauch werden manchmal nur die für den menschlichen Körper relevanten Bestandteile genannt und als Mineralien angegeben. Dies gibt jedoch die chemisch zugrunde liegenden Sachverhalte unzutreffen wieder. Da es sich nicht um die elementaren Stoffe handelt, sondern um die Ionen der Elemente, die eine völlig andere physiologische Bedeutung haben. Im Gegensatz zum Sprachgebrauch der Chemie, wo Mineralsalze immer anorganische Verbindungen sind, werden in der Ernährungslehre manchmal auch organische Salze als Mineralsalze bezeichnet. Die Bedeutung der Mineralsalze für das Wachstum der Pflanze wurde erst 1828 durch den Chemiker und Ökonom Karl Sprengel und 1840 durch den Chemiker Justus von Liebig erkannt. Er untersuchte die Asche verschiedener Pflanzen und fand darin zahlreiche Mineralstoffe in unterschiedlichen Mengen. Die Mineralstoffe werden von den Pflanzen in Form von Ionen aus dem Boden aufgenommen. Es sind lebenswichtige Nahrungsbestandteile. Sie werden durch Verwitterung aus Gestein gebildet und reich hören sich zum Beispiel in Mineralquellen und dem daraus gewonnenen Mineralwasser an. Es sind Salze, die als Kationen hauptsächlich Kalium, Kalzium und Magnesium enthalten. In den Anionen der Salze findet man meist die Elemente Stickstoff, Phosphor, Kohlenstoff sowie Sauerstoff. Einteilung Man unterscheidet zwischen sogenannten Mikroelementen, die als Ionen vorwiegend katalytische Funktion ausüben und den in wesentlich größeren Mengen benötigten und deshalb im menschlichen Körper viel häufigeren Makroelementen, die als ionische Bestandteile des Skeletts unentbehrlich sind. Der menschliche Organismus enthält durchschnittlich 3,5 Kilogramm Mineralstoffe, die bei der Verastschung des Körpers als Rückstand zurückbleiben. Therapeutischer Gebrauch Wilhelm Heinrich Schüssler wirkte in Oldenburg als Arzt und begründete die biochemischen Heilweise. Eine Therapie mit den sogenannten Schüssler-Salzen. Das sind zwölf anorganische Verbindungen, die in homöopathischer Verreibung mit Laktose, meist in der sogenannten sechste Potenz, zur Anwendung kamen. Das ist eine Therapie mit den sogenannten Schüssler-Salzen.